hallo leute hier heute ein fahrtest mit den really black commando brushless mit 2s k k k k k k k k k Schreie! 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 So, jetzt ein Fahrtest mit 3S. Mal gucken, ob der Regler genauso viel aussieht wie beim Tune Fighter. Ist mit 2S angegeben, aber beim Tune Fighter ging es auch mit 3S. Mal schauen. Schreie! 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 Wie ihr seht, erheblich schneller und der Wagen ist nicht abgebrannt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.